Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 heute am Donnerstag. Die Themen Verleihung Europapreis 2023, die neue Kunst- und Kulturstrategie, Ehrenzeichenverleihungen und der Besuch der Botschafterin von Georgien. Für ihre außergewöhnlichen Abschlussarbeiten wurden heimische Studierende von Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem Europapreis für die Jahre 2022 und 2023 ausgezeichnet. Das Land Kärnten prämiert mit dem Europapreis herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Europathemen, deren Auswirkung und Bedeutung für Kärnten befassen. Kärnten bekommt eine Kunst- und Kulturstrategie 2030. Ziel ist es, den heimischen Kunst- und Kulturbereich weiterzuentwickeln. In einem breiten Beteiligungsprozess sollen die Kärntner Kunst- und Kulturschaffenden sowie die Bevölkerung aktiv eingebunden werden. Über die Details informierten Landeshauptmann Peter Kaiser, Kulturabteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar und Kulturberater Sebastian Lücke im Rahmen einer Pressekonferenz. Verdiente Kärntner Persönlichkeiten wurden von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Sebastian Schuschnick mit Bundes- und Landesauszeichnungen gewürdigt. Im Spiegelsaal der Landesregierung erhielt unter anderem Markus Beyer, Obmann des österreichischen Verbandes für Fischereiwirtschaft und Aquakultur, das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Gemeinsam mit Bundesrätin Claudia Arber begrüßte Landeshauptmann Peter Kaiser die Botschafterin von Georgien, Ketevan-Chikilashvili in der Kärntner Landesregierung. Zentrale Themen des Arbeitsgesprächs waren unter anderem der mögliche zukünftige EU-Beitritt Georgiens und die aktuelle Situation rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zusehen bedanken und freue mich, wenn Sie auch nächsten Montag wieder bei Kärnten TV 90 mit dabei sind.